Liebe Kinderfreundinnen und Kinderfreunde, ich finde es voll super von euch, dass ihr den Plan A für Kinder und Familien auf die Füße gebracht habt. Und für mich ganz, ganz wichtig ist eben die oberste Forderung, Kinderrechte für alle Kinder. Also ein Kind ist ein Kind ist ein Kind. Und ganz wichtig, Obsorge ab dem ersten Tag. Wir wissen, Kinder die nicht in Österreich geboren sind und die geflüchtet sind und ein zweites neues Zuhause hier in Österreich gefunden haben, die haben leider nicht dieselben Bedingungen wie Kinder, die da auf die Welt gekommen sind. Das ist ungerecht und das ist unfair. Dafür kämpft ihr, dafür kämpfe ich, dass diese Ungerechtigkeit endlich weg ist. Dafür kämpfen wir gemeinsam. Und deshalb gratuliere zu dem Plan A, volle Unterstützung dafür. Und deshalb ist es auch total wichtig, am 15. Oktober uns die SPÖ zu wählen. !? Das 나오� rejoice! Amen! Vielen Dank.